Liebe Steiner Freunde, willkommen, Steiner Meister aus dem Herzen der Schweiz. Heute präsentiere ich euch ein cooles, cooles, cooles Set. Ja, cool. Phantasia zugeschlagen und ich kann hier ein bisschen schreiben, ein bisschen reintun. Das brummt. Mit Sachen Geräten habe ich früher gearbeitet. Nein, ich hatte sogar ein Sachen. Ich habe den IBM XT. Wo ich etwa zwölf Jahre alt war. Das war interessant. Mit zwölf habe ich so ein Ding erhalten. Also ich habe etwa 1200 Schweizer Franken gespart. Über Jahre. Weil ich wollte einen Computer. Und zuerst ein Amiga oder da irgend so ein Atari und so fort. Aber zum auch Schreiben und so fort. Und dann habe ich da gesehen, ja, C64 wäre auch etwas gewesen, aber es waren alles so Spielcomputer. Und dann kam plötzlich der IBM raus. Und da war ich beglückt. Natürlich die Disketten und alles. In Fiefer im Viertel. 27 KB RAM. Neun Nadeldrucker gab es dazu. Den habe ich gekauft. Aber eben 1200 hat er nicht gekostet. 3.500 gekostet. Mein Vater und meine Familie hatten ja etwas Geld dazu gegeben. Und zusätzlich der Patenonkel noch meines Bruders. Auch der Bruder hat noch gesammelt und so weiter. Und wir hatten dann für etwa 3000 Schweizer Franken. In dieser Zeit gab es bei, in Deutschland glaube ich noch, die D-Mark. Weiss ich nicht, wie viel das war. Habe ich so einen Computer mir angeschafft. Und da habe ich dann die ganze Zeit in DOS Tier und Zeug und Sachen reingeschrieben und so weiter. CD zurück. Und ich habe dann auch mit QBasic die ersten Basic Programme gemacht. Und mir auch so gemacht, dass ich am Anfang einstricken konnte und dann kam das Spiel. Ja, es war so ein Flugsimulator, den ich als erstes Spiel gehabt habe und so weiter. Und dann kamen natürlich dann plötzlich die schönen Adventure-Spiele. Ja, Larry und so weiter. Aber natürlich mit dem Nachfolger. Weil ich habe dann immer wieder gespart und gespart wieder. Und später dann einen besser gekauft. 186er, 386er und so weiter bis zum Pentium und so weiter. Und immer wieder. Früher sahen die so aus, ja. Früher. Und da kann ich mich gut erinnern. Und schaut mal, wenn ich das euch zeige. Jetzt im Detail. Jetzt wirklich. Schaut mal diese Tastatur an. Das ist doch cool. Und was ihr merkt, das ist eben keine deutsche oder schweizische Tastatur, sondern das ist eine amerikanische Q-Wert Y. Ja, der Y ist an anderer Seite. Aber prompt. Und das hat unten dran. Jetzt kann ich die wegnehmen. Hier hat es unten dran zu aufstellen. Und ich kann es hier mit dem Kabel verknüpfen. Und früher war es ja nicht kabellos, sondern es war immer an diesem Kabel angehängt. Und es hatte natürlich diese F-Tasten. Das war auch ganz wichtig, diese F-Tasten zu haben. Weil diese F-Tasten, man hatte früher gar keine Maus. Und mit der F-Taste und mit Ctrl-C, Ctrl-A-V konnte man kopieren, reinfügen. Das könnt ihr heute noch, das seid ihr immer noch schnell. Und auch verschiedene Befehle. Auch Fett zum Beispiel zu machen und so weiter. Und dann gab es natürlich die Maus. Ich weiss noch, wo ich das erste Mal mit der Maus in Kontakt kam. Da hat jemand gesagt, wir suchen die Maus. Ja, wo ist die Maus? Und da habe ich mich... Ich konnte hier rum... Denkt mal, so war es früher so prompt. Und die Maus war nichts. Und darum gab es dann andere Dinge, wo man dann DOS hatte. Und ich kann jetzt das Ganze hier wegnehmen und kann das jetzt hier drehen. Und dann gehen wir in die Zukunft, wo man eben mit der Maus schon arbeiten konnte. Und das so aussah. Also hier die Computer, Papierkorb und so weiter. Ich weiss nicht, welches Windows es ist. Ist das Windows 3.1 oder Windows XT? Ja, es war nicht Windows 2000. Windows war ja immer wieder ganz interessant, was Windows da alles für Dinge auch rausgegeben hat. Die hatten ja einen Marktanteil. Das war ja verrückt, oder? Und alle hatten das Ganze. Und Windows hat das ganze Betriebssystem ja... Word und so weiter hatten sie früher auf dem Mac. Und dann haben sie das ein bisschen adaptiert. Und dann rein zu... Weil vom Mac, von Lisa und so weiter kam eben die Maus und Steve Jobs. Also da hat Apple schon die Maus erfunden. So eine Art... Nein, die Maus hat ein Deutscher erfunden. Aber die Maus... Ja, ein Deutscher. Ja, ein Deutscher. Die richtige Maus. Wisst ihr gar nicht? Ja, eine Firma. In Deutschland hat die gemacht. Es gab schon eine Maus von Amerika. Die war aber nicht so wie die heutige Kugelmaus. Und die Kugelmaus... Die Kugel, die unten dran war. Die war immer wieder so verklebt und so durcheinander. Und damit konnte man es nicht reinbringen. Also, die wurde auch von einem Deutschen erfunden. Ja. Könnt ihr auch im Internet nachschauen. Und was das Coole ist, es hat hier auch eben die Möglichkeit, das rauszunehmen. Und es hat hier eine Diskette. Und die Diskette selber ist eine Dreieinviertel-Diskette. Und die hat jetzt halt... Das ist ein Kleber da drauf. Das ist ein Kleber. Aber das war auch früher so. Wir haben es draufgeklebt. Wir haben es angeschrieben. Und es wurden ja überall immer wieder Spiele schwarz untereinander verteilt. Indiana Jones habe ich gespielt schwarz. Ich weiss es. Ich habe sehr viel schwarz gemacht. Ja. Ich habe auch Spiele gekauft und weitergegeben. Da gab es so Programme. Die haben dann geholfen und so weiter. Und da haben wir uns immer wieder Spiele untereinander gegeben. Damit wir dort... Es war teuer. So ein Spiel kostete ein Vermögen in der Zeit. War sehr teuer. Sehr teuer. Ja. War nicht günstig. Ich habe es jetzt da weggenommen. Und das Schöne ist, hier seht ihr auch diese Verknüpfung hier. Wie das gemacht ist. Dann hier der Lüfter. Auch hier die ganzen Unterzieher. Und da könnt ihr dieses eben dann hier rein tun. Und dann könnt ihr das mit der Tastatur verknüpfen. Es fällt bei mir. Und das ist das Einzige. Hier fällt bei mir immer ein bisschen raus. Ja. Das ist schade. Das ist schade, dass das rausfällt. Aber egal. Ansonsten super. Und dann gibt es auch noch eine Mausmatte. Ja. Die hatte man früher. Ich muss das richtig zeigen. Hier. Die Mausmatte hatte man früher. Und da sieht man auch Aufdrücke. Und das sind alles Prints. Und da ist Pantasi drauf. Also das Einzige Kleber ist diese Kleber für Diskette. Was auch original so war. Und jetzt kommt es noch weiter. Wisst ihr. Also ich finde es einfach super. Es gab ja dieses auch in einer so Game-Version. Da konnte man Game-Dream spielen. Ich finde das aber für mich ist das einfach der Hammer. Weil jetzt kommt es. Hier ein Spiel. Da kann man. Also hier mache ich dazu. Und dann kann ich hier drauf drücken. Und dann kommen die Zahlen. Und unten dran sind da Minen drin. Und da muss man aufpassen. Wenn ich das richtige, das falsche draufkriege und so weiter. Und dann gibt es Punkte. Ich habe das Spiel. Nie begriffen. Nee. Ich hatte das drauf, aber ich habe es nie begriffen. Ich habe es nie gespielt. Ich hatte andere Spiele, die ich gerne gemacht habe. Solitaire zum Beispiel. Oder Schach. Spiele habe ich gerne gehabt. Aber ich finde es cool, dass sie das so gemacht haben. Dass das hier so ein Spiel-Feature ist. Und das ist eben auch ein Kleber, der darüber geklebt wird. Aber es hätte auch nicht anders gegangen. Weil eine Platte, das hält nicht. Aber ich finde es schon cool, dass das so gemacht wurde. Dass man hier einfach das Ganze so reinstecken kann. Ich hatte hier aber ein bisschen Probleme. Das ist so, vielleicht habe ich es so falsch befestigt. Ich bräuchte das gar nicht. Weil ich finde es jetzt mit diesem hier vorne. Weil es eben, das ist so DOS-mässig. Da braucht man keine Maus. Aber mit diesem hier sieht das doch einfach super aus. Und das erinnert natürlich ganz klar an meine Anfänge mit dem Computer. Ist wohl ein 186er oder ein 286er IB-Modell. So grosse hatten wir mit drin. Und das ist auch schwer. Aber jetzt geht es weiter. Man kann den Bildschirm drehen. Ja, das ist doch cool. Aber ich kann den Bildschirm auch wegnehmen. So, wie man es kennt. Ha! Einfach so wegnehmen. Und dann kann ich... Und jetzt... Jetzt... Da haut es euch wirklich aus den Bahnen. Da haut es euch aus den Socken. Da könnt ihr verlocken. Da sind die... Es gibt Lüftungsschächte. Und dann gibt es Platinen. Grün. Und dann drinnen. Und alle sind Prints. Also sind alles Prints. Und das sind keine Kleber. Und dann macht ihr die drauf. Und dann die Platine. Und dann schaut. Dann geht es hier weiter dieses Objekt. Und dann könnt ihr das aufmachen. Hier oben dran. Einen Deckel aufmachen. Und dann hat es hier die Diskette, die da drinnen ist. Und die geht dann auf. Und mit dem könnt ihr draufklicken, dass es hier aufgeht. Und dann ausziehen. Ich bin begeistert. Das ist das Disketteanlaufwert. Das könnt ihr auch wegnehmen. Auch das ist separat. Wahnsinn. 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 Und dann haben wir hier den Lüfter. Auch den können wir wegnehmen. Und könnt ihr natürlich den Kindern allen zeigen, wenn ihr das hattet. Ja, so sah ein Computerführer aus. Ich zeige es euch dann noch von innen dran. Dann habt ihr... Und ich mache das jetzt in hoch. Dann seht ihr, was drin ist. Dann seht ihr, auch hier hat es die Platinen und das ganze Konstrukt und auch die verschiedenen Chips und so weiter, die es brauchte. Transistoren und so weiter. Hey, das ist einfach geil. Geil, geil, geil. Und hinten dran auch, wenn ihr das noch in nahe anschauen möchtet. Den Lüfter, die Anschlüsse, die Schlitze. Ich kenne es nicht anders. Ich kenne es nicht anders. Und natürlich die Möglichkeit, hier das auch zuzumachen. Weil es war natürlich so, diese hier, das sind Steckkarten. Seht ihr? Das ist eine Steckkarte, die da drinnen ist. Und da gab es Steckkarten auch zusätzlich noch für andere Dinge. Zum Beispiel Soundkarte, Soundplaster. Das hat uns weggehauen. Soundplaster rein tun. Und der Soundplaster, der hatte zusätzlich auch Anschlüsse für Joystick. Und darum hat es sich so gut verkauft. Das war natürlich eine Wucht. Das war einfach genial. Das ist spitzenmässig. Also dieses Set, das ist der pure Wahnsinn. Auch die Steine, einfach gute Qualität. Und der Preis ist auch heiss. Und hier geöffnet, das war auch so. Also alles, was ich hier drinnen sehe, da kann ich mir sagen, natürlich kleine Computer, die waren natürlich früher viel grösser. Die waren natürlich viel grösser, hatten auch viel mehr drinnen. Aber in dieser Form und das so hinzukriegen mit Steinen ist super. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist hier diese Fliessen. Die waren nicht ganz in Weiss. Die habe ich jetzt aber in die Mitte gestellt und habe gesagt, das ist ein Feature. Weil der Bildschirm, der hat ja Wärme auch gestrahlt. Und die Wärme kam von oben nach unten und hat das natürlich dann auch ein bisschen vergilben lassen. Das war auch bei mir so. Darum, ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Kann man natürlich immer kaufen und so weiter sagen. Aber ich finde es ziemlich cool, dass diese Fliessen andere Farbe haben. Und so kann man dann sagen, ja, eben die Wärme hat diese Fliessen in eine andere Farbe gebracht. Ja, die ganze Schachtel, wenn ihr die seht in irgendeinem Laden, dann kauft es. Es ist Phantasi. Super, super cool. Und viele Details. Ei, 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 ei. Ich weiss nicht. Ich bin einfach beglückt von diesem Set und denke einfach, warum, warum gibt es so coole Sets von dieser Firma? Und diese Firma, Phantasi, ich bin Fan, gebe es offen zu. Ich erhalte natürlich auch die Sets. Ich habe es erhalten. Darum unten seht ihr den Link da draufklicken, dann das auch bestellen. Es ist einfach eine super Firma, die super Ideen hat, die nicht preiswert sind. Nein, sie sind nicht preiswert. Aber das ist Marktführer. Marktführerniveau. Und ich finde die Sets besser aus beim Marktführer. Also, wenn ich sie nicht erhalten würde, ich würde sie. Ich würde mir, glaube ich, nur solche Dinge kaufen. Weil es ist einfach spitzenmässig. Auch die Anleitung ist einfach cool. Und da gibt es, könnt ihr Facebook und Instagram folgen. Und da seht ihr, was ihr bauen müsst. Und dann, was ihr bauen müsst, ist dann rot markiert und so weiter. Also, das ist doch alles einfach zu bauen. Und wir kommen zum Schluss. Wir kommen zum Schluss. Eine totale Kaufempfehlung. Das beste Set dieses Jahres, das ich von diesen Jahren kann. Galaxy Explorer von Lego letztes Jahr. Dieses Set dieses Jahr. Ich bin begeistert. Ich bin natürlich auch mit dem gross geworden. Mit diesen PCs. Und darum einfach eine Wucht. Die Details stimmen. Und man kann erklären, wie die Computer früher funktioniert hat. Haben ja. Die Computer haben. Ja. Meine Sprache machen. Ich bin Schweizer. Und versuche, mich in einem Hochdeutsch euch mitzuteilen. Damit ihr mich richtig versteht. Und das geht immer wieder besser. Und ich versuche euch da auf den Weg zu nehmen. Ja. In diesem Sinne. Schreiben einen Kommentar. Wie findet ihr dieses Set? Was würdet ihr sie auch kaufen? Und findet ihr das auch so grossartig? Seid ihr auch so besser? Also denkt, Steinmeister. Einfach. Nein. 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 Das ist es nicht. Oder sagt ihr. Hey. Ich möchte eigentlich ein anderes Gerät noch haben. Mit Tendo und so weiter. Ja. Gab es, glaube ich. Von Lego, ja. Aber das ist günstiger. Und hat keine Minifugel. Aber hat Features und viele Dinge, die mich beglücken. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund am unten. Euer Steinmeister. Tschüss. Merci. Wir machen schonmal,culosie. Oder wir sind schnell genug. Süâ » Sie sind super. Ja, wir sind ja Werew. ho Bryce. Ich hjälpte euch das Ganze am untertitelt. Ich hoffe B dictum euch auch mal gut oder bei euch D gemerkt. Cuz eben auch mit Menschen wenn ich eine Gesine låhe. Sie das leer. Bis zum nächsten Mal nach.